Im folgenden Video seht ihr einige Ausschnitte aus mehreren Runden Prop Hunt, die letzte Woche mit Scale, Triolo und Playkampfscharf.de aufgenommen wurden. Für alle, die Prop Hunt nicht kennen, sei ganz kurz gesagt, es ist eine Art Height in Sieg in Gary's Mod mit Counter-Strike-Maps. Das bedeutet, es gibt mehrere Sucher und mehrere Verstecker und die Sucher, die haben eben Waffen und müssen die Verstecker killen. Die Verstecker können sich in alle möglichen Gegenstände durchdrücken von E verwandeln. Soll das etwas Kleineres sein? Ihr solltet mich suchen gehen. Ist das besser? Ich hab hier nichts Kleineres. Ich geh mal was Kleineres suchen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich häng fest. Ich baggele. Ich weiß, wo du bist. Bist du unter dem Auto? Nein. Nein. Ja, es wollte ich gerade sagen. Ich bin nicht unter dem Auto, wirklich nicht. Oh Gott. Ich hab hier noch ein Fahrrad. Gilt das? Als Auto? Ich witz. Oh. Okay, ja. Okay. 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 Das letzte ist. Was ist die letzte? Wollen wir wieder ein Müllcontainer werden? Ja, da ist er. Hey, wenn wir in dieser Runde zwei Müllcontainer entgegenfahren, dann würde ich euch ja auch nicht. Warum geh nicht um? Okay. Okay, warte, ich muss hier durch. Okay. Wir müssen uns irgendwo hinstellen. Wo gibt es die Müll? Am Bahnhof, oder? Warte, ich stelle mich hier hin. Das ist gar nicht auffällig. Ich bringe ihn auch den Müll raus. Wir müssen jetzt nebenan erstellen. Ich bringe ihn auch den Müll raus, Mami. Aber das passt nicht. Wir brauchen entweder noch eine schwarze Tonne oder eine gelbe oder sowas. Stehen die zwei gleichfarbige Tonnen nebeneinander. Ist hier nur noch so eine schwarze? Hier. Ja, perfekt. Das sieht so kalt. Halt's an. Der war. Beste. Beste. Warte, ich suche mir was Schöneres. Ähm. Ich stelle mich hier oben hin. Auf die Mauer. Guck mal. Siehst du mich? Gott. Scheiße. Ja, ich seh nicht. Die Invasion der Müllzonen. Ich komm. Wir waren stehen zum Müllzonen. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Wir wollen die Invasion der Mülltonnen machen. Siehst du? Die stellen mich als Mülltonnen auch nur aus. Ich bin. Ich wollte ihn. Was? Was? Das ist aber nicht schuld. Alter. Stell dich. Okay, sollen wir zusammen irgendwo hin? Ich bin das. Oh, warte. Dann werde ich auch das. Folg mir nicht. Geh weg. Das ist mein Versteck. Hau ab. Sollen wir zusammen rumlaufen? Hau ab. Jo. Folg mir nicht. Oh Mann. Willst du? Kann ich mich drinnen verstecken? Ja, bitte. Gerne. Wenn sie uns haben, dann haben sie uns beide. Scheiße, jetzt schreibt er. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Oh Gott. Ich steck weg. Banane jemand? Ich steck ihn in den Rüst. Mehr ich will mich in dich einführen. Okay. Was? Komm nicht rein. Also einer von beiden ist eine Flasche. Das Loch ist nicht groß genug. Komm, hör auf. Oh mein Gott. Warum sag ich immer oh mein Gott, wenn die bei uns in der Nähe sind? Schnell weg hier. Ich hab's nicht gesehen. Der eine ist ein Eimer, der eine ist ein Eimer. Nein, ich bin kein Eimer. Wo bist denn du schon wieder? Ich bin weg. Und? Los geht's. So, was ist verdammt lustig, ey. Okay, wo sind die Spawn? Wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Du hast auch keine Ahnung, was du bist. Ja, ich bin Ziegelstein. Das glaube ich dir nicht. Dann glaube ich mir nicht. Boah, kannst du bitte mal aufhören die ganze Zeit irgendwelche Sachen durch die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, was bist du denn? Scheitern. Er hat ihn. Was war er? Er war Jesus. Er war Jesus. Er war eben auch noch der alte Mann. Und du kannst weiss nicht. Findet mich eh nicht. Wahrscheinlich. Mich könnte er eigentlich auch nicht finden. Also, wenn ich mich jetzt nicht bewegen würde, würde ich mich wahrscheinlich nicht finden. Aber ich bin ja kein Schwein, ne? Er hat aber deine Musik gehört. Was du alles hörst. Einbildung. Okay. Ich erzähle dir. Du, du weißt, ich bin der Mann. Hey, was? Tja, da war ich wohl. Bist du das, was ich denke? Was du bist? Ja, bist du gemein, Alter. Ich weiß. Kann jemand... Oh,ho. Alter. Spass, Spass! Spass! Ich bin weg. Hä, wo ist das der? Alter. Das ist so assi. Das ist so assi. Aber das ist assi. Warm. Kalt. Ich hab grad... ich hab grad... so nah war er. Du bist in dieser... Oh, das Versteck. Das kennen wir alle gut, nicht wahr? Das hat PewDiePie in seinem Let's Play auch genommen. Wo ist der? Muss ich bis die Let's Play anschauen? Der läuft die ganze Zeit rum oben, Alter. Das ist doch so offensichtlich, Alter. Ja. Guck doch mal genau die Hölzer an. Was für Hölztipp? Alter. Was bist du? Er ist ne Latte. Nein, echt. Er ist weg. Er hat ne Latte. Er ist weg und er springt hinter dir runter. So unauffällig, ey. Ich hasse Latten auch. Umso und die Latte. Lauf! Stirb! Lauf! Da kannst du noch so sneaken. Ich seh alles. Da war ich. LOL! Was? Das geht auf. Cool! Auf! Zu! Auf! Zu! Auf! Zu! Das sind Lacktbilder. Verbrenn! LOL! Ich hab mich selbst umgebracht! Was? Was? Ja, so das Ding ist ja. Die sind voll die guten... Ey! Alter! Ach schon! Hinter dir! Der Fernseher kippt fast um! Was? Ja! Wo seid ihr denn? Bist dann... Bist dann ganz falsch! Ganz falsch! Also den Beamer, den hab ich sowas von... Kalt! Kalt, 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 kalt! Ganz, ganz kalt! Oh! Bist du assi! Ganz kalt! Ganz kalt! Erstmal das Büro auseinander. Warm! 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 Mit wem redest du? Mit mir! Er ist hier, komm zu mir! Ganz kalt! Das ist ganz kalt, Riolo! Du hast drei Sekunden, um zu laufen, Domse! Riolo, wo bist du denn? Da komm ich! Zwei! Du weißt doch nicht, wo ich bin! Du bist das Telefon hier in der Ecke! Ja, klar! Wo bist du denn? LOL, bist du echt nicht! Ich dachte, wer das hier? Ich find was richtig gemeines Fieses! Ihr werdet mich nicht finden! Ich bin so klein! Ich bin winzig! Mich kann man nicht finden! Ich bin viel zu klein und es ist richtig assi, was ich hier mache! Ich meine, ich kann mich doch nicht so klein, wie ich bin, verstecken! Das geht nicht! Woah! Das kann ich nicht machen! Doch, kannst du! Nein! Doch! Wo seid ihr? Ihr solltet mich mal suchen gehen! Team Mippo! Hallo, Flaschon! Hallo, Flaschon! Wollen wir zusammen gehen? Äh, ich möchte nicht mit dir... Möchtest du nicht in eine meiner Schub laden? Du 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 that bども, bad booms, bad booms! Oh es ist geile Mucke! Hammer! Alter, hört ihr das? Ich hör das... Richtig geil. Willst du vielleicht das hier sein? Guck mal. Das ist voll cool. Ja! Komm, und jetzt, jetzt, jetzt fünfte. Okay, komm, wir gehen. Die kommen jetzt, genau. Die, die finden uns nicht. Die finden uns nicht. Ich hab mich doch die ganze Zeit bewegt. Hey, ich packe hier fest. Warte, so soll ich auch noch eins werden. Oh, oh. Was? Oh, Gott. Juhl, einen hab ich. Versteck mich, versteck mich, versteck mich. Ich versteck mich. Er ist unten, ist unten. Okay. Nicht spoilern. Ich versteck mich hier. Ich spoil doch nicht. Hab mir gesagt, du musst eben... Ich versteck mich. Das gesagt, er ist unten. Jaja, aber er kommt natürlich auch wieder hoch. Ich dachte, der nimmt den einen von den Eingang. Al-Qaida. Und das war's dann auch mit dem Prop Hunt Video hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und man hat nicht allzu sehr erkannt, dass dieses Beep... ...ein Schneides-Equenz eigentlich von mir ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit diesem Video. Und sag euch mal Tschüss.